Für mich so aus meiner sportlichen Karriere, das war schlimmer wie jedes Beintraining. Diesen Tag werde ich in meinem Leben nie mehr vergessen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik und heute nehme ich dich einen Tag mit in meine Wettkampfvorbereitung für die Frühjahrssaison 2022. Und zwar ist heute nicht irgendein Tag, heute ist Showday. Und zwar geht es ab zur GMBF und das ist dieses Mal bei der GMBF keine deutsche Meisterschaft, bei der nur deutsche Athleten und Athletinnen teilnehmen dürfen, sondern es ist eine internationale deutsche Meisterschaft. Dementsprechend kann das Startup-Feld natürlich auch ein bisschen breit gefächerter sein. Aus anderen Ländern können Teilnehmer rüberkommen und ich bin mega gespannt, wie heute der Wettkampf verlaufen wird. Das Ganze wird in Germersheim stattfinden und wir werden jetzt dann bald auch schon aufbrechen. Ihr seht es hier, erste Farbschicht ist schon drauf. Was meinst du Schatz? Sieht sehr gut aus. Sieht schon sehr dunkel. Sehr dunkel, gell. Aber es kommt ja noch was drauf. Es kommt noch was drauf. Wir haben gestern Abend zwei Farbschichten gemacht. Im Vergleich zu den einen, die in den Niederlanden hatten wir beispielsweise drei Farbschichten am Abend und eine nochmal am Morgen oder ein bis zwei am Morgen sogar. Und jetzt dieses Mal nur zwei Farbschichten am Abend und ich sehe auf jeden Fall schon deutlich dunkler aus, wie in den Niederlanden selbst noch. Aber die Farbe hat auch richtig gut gehalten. Dieses Mal gar keine Flecken irgendwo zu sehen. Ist natürlich ein bisschen doof, dass es jetzt hier so ist, denn die Farbe wird nochmal überdeckt mit einer anderen Farbe. Also ich habe jetzt hier zwei Schichten Top-Tan drauf. Nachher kommt nochmal eine andere Schicht mit einer Dream Clan Farbe. Das ist dann so eine Klatschfarbe, die ist bei vielen anderen Wettkämpfen nicht erlaubt. Sieht aber richtig sick aus und darauf freue ich mich wirklich schon extrem. So, jetzt Tagesplan. Ihr seht es hier. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich mir drei Meals vorbereitet und Schatz, ich habe mir auch für nach dem Wettkampf ein kleines Meal gemacht. Und zwar so angehaucht, wie ich letztes Mal gemacht habe. Na, nicht ganz, aber es gibt einen Quark von Tiny Man. Äh, passt, ne? Genau, jetzt schau. So halb. Und ansonsten sind auch ein paar andere Meals geplant und du kannst ja noch mitkommen. Ich zeige einfach mal, was es jetzt hier gibt. Also erstmal gibt es hier im Porridge, ne? Standardgemäß Outs vorgekaufen. Hier gibt es mein Proteinpulver rein. Erste Mahlzeit Kaffee und Wasser, wie jeden Tag. Dann als zweite Mahlzeit gibt es Paulaner Spezi. Nicht Spaß. Es gibt Reis mit Apfel, Zimt, Ei und Cornflakes und einem Fruchttütchen. Dann als Snack vor dem Wettkampf, als letzter Snack vor der Stage, gibt es hier diese Reisbellis, Reisbrit, die du mir gekauft hast. Schokolade plus eine Banane. Ja. Und abhängig davon, wie lange das Ganze heute geht, nehme ich mir einfach noch ein bisschen was am Backup mit. Noch ein paar einzelne Reiswaffeln, hier Banane, gibt ein bisschen Honig mit und that's it. Also heute gibt es tatsächlich nicht mehr mehr. Wir haben aber in den letzten Tagen auch schon richtig viel geladen. Wie wir geladen haben, was wir geladen haben, das erzähle ich euch auf jeden Fall später noch. Jetzt geht es erstmal ab ans Kochen, bevor wir nachher in zeitliche Bredouille kommen. Das fände ich so gut. Schaut euch mal dieses bezaubernde Porridge an. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus. Wie immer mit einer richtig dicken Portion Haferflocken hier drin. Wir haben hier 100 Gramm Haferflocken drin, 50 Gramm Cornflakes, 25 Gramm Whey, Banane, dunkle Schokolade. Alles, was das Herz begehrt. So, da ist der Hühnerschrecker. Gleich geht es los. Gute Laune? Jetzt. Jetzt. Also. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020